i'm back eine neue folge a black tail requieren und ich versuche jetzt dahin zu kommen damit ich das schaffe mein problem ist das ist nicht das holy moly so so mein problem ist ich will da hinten hin so 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 okay 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 are you kidding shit so 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 okay 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 so so ich weiß nicht wie ich den typenblatt machen soll da ist ein Messer gibt es mir mit dem Eis ich bin gerade echt am überlegen wie ich das hinkriegen soll okay dann komm mal hin dann komm mal hin oh oh come on really okay 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 really Oh, come on, ey. Oh, come on, ey. Okay, dammit, dammit, dammit. Oh. Ah, okay. Oh, ich brauch ein Messer. So, hier kommt ja eh nicht in den Blumen, ne? Okay. 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 Was brauch ich denn? Ah, come on, ey. Wir sind hier. Ich denke, wir sind sicher. Du hast gut gemacht. Was ist falsch? Vodana sind hier drin. Wir haben es gemacht. Die letzten Monate auf der Straße. Nach dem alles, was in Guy-Han passiert. Hugo hat immer Angst, dass es wieder alles wieder anfangen würde. Aber alles war so schön und ruhig. Und ich habe ihm gesagt, dass es vielleicht überrascht war. Dass das Schlimmste war. Wir alle erwartet, dass es war. Aber was werden wir ihm jetzt sagen? Dass die Rats zurückkommen? Dass die Baiter hat hunderte? Und dieses neue Haus, den er liebt, ist bereits zu sterben. Ich bin nicht bereit für das. Kein Mensch kann das bereit sein. Aber bald werden wir nicht mehr alleine in es sein. Wir haben die besten Alchemisten bei uns. Gut? Gut. Jetzt, schau mal. Schau mal. Ein wirkliches Lieblingsgericht. Lass uns das, Herr Odanter, Hugo. Das ist ein Schauspiel. Wie kommen wir nach unten? Ich sehe die Tür. Das sind diese Art von Schrauben. Schau mal. Sie sind zum Beispiel der Planeten. Und hier, die Sonne sitzt in der Mitte. Die Ordnung der Planeten ist nicht richtig. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt Locken für eine Karte unter die Bellen. Es ist eine große Mechanism. Aber wir haben keine Karte, also... Ich denke, die Karte macht die Bellen, aber deine Slinge macht die Trick. Wir versuchen von der Seite. Okay. Von der Seite zu der Seite, die richtige Ordnung ist... Jupiter, Mars, die Sonne, Venus und Mercury. Jupiter sieht aus wie ein Zett, wie für Zeus. Aha. Das ist es. Jupiter, was ist nächstes? Auf der Seite ist Mars, der Gott der Krieg. Es ist eine Schild, die mit einer Sprechstelle. Sprechstelle, eine Schild. Mars, das ist es. Venus ist die erste zu der Seite des Sonnen. Es ist wie eine Karte. Genau, es geht okay. Das ist ein Schild, das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Ich versuche das. Es ist so archaic. Good work. Let's go find this magister. I try. Magister Vauda, I'm Amicia de Rune. Vauda. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guyane. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your magister know you entitle yourself? Who cares? The macula's woken up again. My brother needs your help and the rats are already there. Control your flame protector. Others are burned in it. Take my bag. Let's go see that carrier. Yeah. Mhm. Magister Vauda. Where is he? Upstairs. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Vauda. Hello. We should start immediately. I will need silence. Mother. I'll handle it. Okay. 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 Lucas. Come. Right now. Coming. I heard you go cry. What's going on? He didn't react well. He's having a seizure. What? Mother. You must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient college of alchemists that exists. The order knows the macula. Hugo is not alone. I'm here. We need nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the butcher's district at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Aha. Yeah, we'll have to look at, ne? Things are getting worse and worse. I know you're worried. But you should give Magister Vaudon some time. Time? To do what? Make Hugo feel even worse? He's conducting tests. But he knows what he's doing. He's the most competent in his domain. Oh, enough of that. He's been treating my brother like an animal. No. We need another solution. Like this island Hugo dreams of. A dream? What can we do with a dream, Amicia? Just keep caring about him, please. I care. But it's not enough anymore. Everybody's gone. I think it's through here. I can't believe they've blocked the way to the arena. What's happened down there? All right. Our gate should be over there. Oh, it stinks. Well, that means we're on the right path. There it is. Oh, come on. All right. You ready? Yes. Let's go. Hey there, it is almost heavenly. Oh. Oh, oh no. Oh. Oh, rotten flesh. Yes, it's the butcher's district. It's the shortest way to the herbalist. Come on, good people! I've got all the poultry you could ever want! Pork, pork, to roast, to boil! Tastiest meat in the world! If you've never tried meat, don't know what you're missing. There's the city gate. We're not there yet. And Hugo might even be getting worse right now. Let's hurry. It will be all right. Ich bin nicht mehr gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allen Dingen gucke ich jetzt gerade schon. Jetzt fange ich echt schon wieder an, so als wäre ich looten muss. What's going on? Let us through! What's this? Nothing good, it seems. This district is now closed on the authority of the Count Victor of Arles! For your own safety, do not try to get inside! You can't keep us out! No, Hugo can't wait. There might be another way in. Tell us what's happening! My children are in there! We know something's going on! What are you hiding from us? Did people die? Where'd you want us to go? Mm-hmm. Hey, there's a back alley through there. What do you think? Do you see a way in? Wait. I think... Yes! It looks safe. Is it someone's home? We're just passing. It's leuchtet, ne? Ich gehe da hin. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Nein, nein, nein! Ich habe keine Angst, dass ich meine. Ich denke, es als eine Sache, die sich transformiert. Oh, Herr Herr. Die Erde ist mit Blut. Wie die Arena. Das ganze Ort ist nur Bait. Es gibt eine Karte im Weg. Wir müssen weitergehen. Hilf mir mit dem. Ja. Warte! Nein! Was ist das? Oh nein! Nein! Nicht sie! Nicht wieder! Wir brauchen Feuer, schnell! Ich wusste es. Sie sind bereits weg. Jetzt müssen wir sie wieder weg. Wir können es machen. Sie haben nur auf die Nachtschade gehalten. Ja. Ja. Oh. Die Feuer werden nicht hören. Es gibt immer noch Menschen. Sie haben nicht die Strecke. Es ist wie in der Arena. Okay. Um. Sie haben. Sie kamen für das Fleisch. Sie müssen sich動en. Sie wollen den Karkasen, richtig? Natürlich machen sie. Ich muss ihn jetzt hinziehen. Da. Hä? Hä? Äh? Nein! Nein! Okay. Funktioniert nicht. Was ist das? Nein! Nicht sie! Nicht wieder! Wir brauchen fire, schnell! Ich wusste es! Sie sind bereits spüren! Jetzt müssen wir sie wieder durchführen! Wir können es tun! Still focussed auf die Nachtschade! Ja, ja, ja! Du hörst das? Es gibt noch Menschen dort! Sie haben nicht evacuiert das District! Es ist wie in der Arena! Die fire werden nicht so stark genug, um uns zu crossen! Sie kamen für das Fleisch! Okay... ...und wir schauen! ...und wir schauen! ...und wir schauen! Sie müssen sich動! Sie können es nicht bewegen! Sie können es nicht bewegen! Das ist schlecht! Es ist wie das in der Karte! Versuch es mit einem Schlauch! Was ist das? Saltpeter? Saltpeter! Es normalerweise schlauchte Fleisch, ... aber es ist dick genug, ... zu schlauchte die flames! Ah, gut zu wissen! Das ist mehr Saltpeter, richtig? Ja, vieles. Wo haben die denn? Da oben wahrscheinlich, ne? Okay! Jo! Aber das gibt es in der nächsten Folge! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ihr seht jetzt eingeblendet! Dann noch einmal die vorherige Folge oder auch die nächste Folge! Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt! Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!